Willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin es wieder, euer Alex und es freut mich, dass ihr wieder dabei seid zu einem weiteren Video der Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Marktplatz eBay. In diesem Video möchte ich euch zeigen, welche Einstellungen ihr unbedingt treffen solltet, bevor ihr das erste Produkt auf dem Marktplatz eBay überhaupt listet. Schaut ihr dieses Video bis zum Schluss an, es ist ein sehr wichtiges Video. Ja Freunde, wie angesprochen möchte ich heute Einstellungen zeigen, die ihr bei eBay unbedingt im Verkäuferkonto festlegen solltet, bevor ihr überhaupt das erste Produkt listet. Falls du neu dabei bist auf diesem Kanal und gerne auf den Marktplätzen wie Amazon und eBay verkaufen möchtest und hier diese Schritt-für-Schritt-Anleitung gerne sehen möchtest, aber auch alles drumherum um das Thema Online-Verkaufen, E-Commerce, Motivation, Selbstständigkeit und vieles mehr, dann abonnier doch gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer up-to-date und gib dem Video jetzt schon mal einen Daumen hoch. Das motiviert mich für viele weitere Videos und wir können hier als Community wachsen, um uns gegenseitig zu unterstützen. So, wie du siehst, befinde ich mich hier schon auf der Startseite von eBay und falls du gerade neu dabei bist, dir bei eBay ein Verkäuferkonto zu erstellen und hier gerade in diesem Video gelandet bist, dann schau dir unbedingt das erste Video an, wie du bei eBay ein Verkäuferkonto erstellen kannst, wie du weitere Einstellungen treffen kannst und diese Schritt-für-Schritt-Anleitung von Anfang an machen kannst. Dazu kannst du gerne hier die Playlist unten in der Videobeschreibung anschauen, wo du dann Schritt-für-Schritt das Ganze erklärt bekommst. Heute schauen wir uns, wie gesagt, die weiteren Einstellungen an, die du unbedingt treffen solltest. Ich habe bereits in einem anderen Video schon gezeigt, wie man Rechtstexte festlegt, was auch sehr, sehr wichtig ist. Das kannst du dir gerne hier oben in der Infobox anschauen oder auch gerne unten in der Videobeschreibung. Heute möchten wir uns den weiteren Einstellungen widmen und zwar Einstellungen, die auch sehr wichtig sind, um überhaupt als gewerblicher Verkäufer auf dem Marktplatz eBay aufzutreten. Und dazu gehen wir hier oben, hast du schon gesehen, auf Kontoeinstellungen habe ich geklickt. Dann bekommen wir hier diese Ansicht und klicken hier auf Verkäufer-Einstellungen. So, und hier hast du hier verschiedenste Möglichkeiten, Dinge einzustellen. Du siehst es hier auch, automatische Bewertungen, Rücknahmeneinstellungen, wo du automatische Rücknahmen akzeptierst und vieles mehr. Das sind Einstellungen, die du auch treffen solltest, die aber jetzt nicht unbedingt relevant sind, um das erste Produkt bei eBay online zu stellen. Die Dinge, die wichtig sind, um überhaupt hier rechtskonform auf dem Marktplatz eBay aufzutreten, sind natürlich solche Einstellungen wie die Lucid-Nummer oder auch jetzt die WWE-Registrierungsnummer. So, falls du dazu mehr Informationen möchtest, auch gerne unten in der Videobeschreibung oder hier oben in der Infobox. Das Thema WWE-Registrierungsnummer ist gerade auch aktuell neu. Das soll bis Mitte dieses Jahres abgeschlossen sein, falls du diese Produkte verkaufen möchtest. Also, ich zeige dir mal, wo du diese Einstellung triffst. Hier ganz unten, rechtliche Informationen des Verkäufers in Angeboten, Anzeigen. Da klickst du einmal auf Bearbeiten. Da haben wir übrigens auch die Rechtstexte festgelegt. Wie schon angesprochen, findest du unten in der Videobeschreibung. Und wenn du hier oben bei dem Anbieterkennzeichnung auf Bearbeiten klickst, kommst du in ein Fenster, wo du dann gewisse Einstellungen treffen kannst. Hier hast du deine gewerblichen und deine Firma-Einstellungen drinstehen. Und hier unten hast du die Lucid-Nummer. Da kannst du, wie gesagt, weitere Informationen bekommen in meinen Videos. Und die WWE-Registrierungsnummer. Diese beiden Nummern sind erforderlich und müssen unbedingt bei eBay hinterlegt werden. Sonst kann dein Verkauf sehr schnell beendet werden und dementsprechend dein Konto eingeschränkt werden, so dass du nicht verkaufen kannst, bevor du diese Nummer nicht eingestellt hast. Schauen wir uns weitere Einstellungen an, die unbedingt erforderlich sind. Neben den Rechtstexten-Einstellungen sind natürlich auch Rahmenbedingungen erforderlich. So, und da haben wir, wie gesagt, eine Rahmenbedingung schon erstellt, und zwar das Widerrufsrecht. Kannst du gerne in den anderen Videos sehen. Wir müssen jetzt für den Verkauf von Artikeln eine weitere Rahmenbedingung erstellen. Und es handelt sich hier um den Versand. Zahlung gab es früher auch, dass du quasi Zahlungsweisen angeboten hast, wie Überweisung, PayPal-Bezahlung, gegebenenfalls auch auf Rechnung oder Kreditkarte. Mittlerweile managt eBay die ganze Zahlungsabwicklung selber. Deshalb ist diese Rahmenbedingung nicht notwendig. Deshalb kannst du die so schön auslassen. Was für uns natürlich wichtig ist, ist die Einstellung Versand. Da klicke ich einfach mal drauf. Fangen wir mal ganz von oben an. Wir können die Bezeichnung festlegen. Die Bezeichnung so, dass du es für dich unterscheiden kannst. Denn du kannst beispielsweise Produkte verkaufen, die du mit Paket versendest, oder vielleicht mit Versandtasche. Hier würden sich die Versandkosten unterscheiden für den Kunden, und dementsprechend hat er gegebenenfalls auch bei manchen Produkten die Auswahl, ob er einen versicherten Versand möchte, wie zum Beispiel mit einem Paket, oder einen unversicherten Versand, den du auch anbieten kannst als Päckchen, was dir auch kostengünstiger sein wird und dem Kunden natürlich auch. So, und hier kannst du für dich einfach mal eine Bezeichnung festlegen, die ist auch notwendig und erforderlich, zum Beispiel Versandpaket. So, das würde jetzt zum Beispiel ein versichertes Paket sein. Und dann hast du hier die Möglichkeit, den Versand fürs Inland festzulegen und Versand fürs Ausland, also internationalen Versand. Fürs Inland hast du dann die Möglichkeit, hier pauschal gleiche Kosten für alle Käufer auszuwählen, oder kein Versand, nur Abholung, das wird aber in der Regel nicht passieren. So, und dann hast du die Möglichkeit, hier Versandarten festzulegen. Ich sehe gerade, man sieht es hier nicht, aber wir haben hier verschiedene Dinge, die wir auswählen können, zum Beispiel DHL-Päckchen, 1-2 Werktage Versand. Wir haben DHL-Paket. Falls du mit einem anderen Versanddienstleister arbeiten möchtest, kannst du natürlich auch Hermes-Päckchen oder Hermes-Paket auswählen. Und DPD, GLS und viele andere kannst du hier auswählen. In der Regel wird es sich hier um DHL handeln, wenn du natürlich mit DHL arbeiten möchtest. So, und dann klickst du hier einmal auf DHL-Paket und kannst die Kosten festlegen. Ich empfehle dir, Versandkosten auf Null zu setzen. Das heißt, du stellst dem Käufer keine Versandkosten in Rechnung. Im besten Fall drückst du hier nicht mal auf Null, sondern kostenloser Versand. Dann setzt sich das automatisch alles auf Null und das war's. Du kannst auch weitere Versandart anbieten. Das bedeutet, für ein Angebot hat der Kunde mehrere Versandartmöglichkeiten zur Auswahl. So, und hier hast du dann, sagen wir mal, auch nochmal ein Päckchen. Das können wir auch auf Null setzen. So, allgemein wird das generell schon auf Null sein, aber ich glaube, machen wir mal so. So, dann haben wir die Möglichkeit, die Bearbeitungszeit festzulegen. Das bedeutet, die Bearbeitungszeit nach Eingang der Bestellung, wie lange brauchst du für die Bearbeitung, bis das Paket sich auf den Weg zum Kunden macht. Ich würde dir empfehlen, am gleichen Werktag das zu bearbeiten. Das bedeutet, bis 14 Uhr. Das kannst du hier auch noch in den Einstellungen festlegen, aber um die eBay-Plus-Bedingungen zu erfüllen und dann auch gegebenenfalls einen Top-Verkäufer-Status zu bekommen, solltest du bis 14 Uhr am gleichen Werktag bearbeiten. Kommt natürlich darauf an, wenn du das nebenbei machst, musst du gucken, ob du das überhaupt schaffst. Ansonsten kannst du hier auch auswählen, ein Tag, zwei Tage und so weiter. Das Beste wäre natürlich am gleichen Werktag. So, und dann haben wir fürs Inland schon mal die Versandbedingungen und Rahmenbedingungen festgelegt. Wenn du Auslandsversand anbieten möchtest, das bedeutet, dass Kunden auch aus dem Ausland bei dir bestellen, dann solltest du auch hier pauschal natürlich eine Versandart anbieten und dann hast du hier die Möglichkeit, weltweit das zu machen, was ich dir nicht empfehle, vor allem zum Anfang. Du kannst aber auch Standorte wählen, wie du siehst. Und dann hast du hier die Möglichkeit, Versandarten anzubieten. Hier gibt es auch Päckchen International, Paket International, DHL Express sogar International. Und hier würde ich dir auf jeden Fall schon mal empfehlen, Kosten anzugeben, also Versandkosten für den Kunden. In der Regel wird es so um die 12 Euro sein. Ich mache das immer so auf 12,90 Euro. Und dann solltest du die Länder auswählen, an die du versenden möchtest. Ich würde jetzt nicht hier Kanada oder sonst was nehmen, sondern wähle ausschließlich nur europäische Länder. Dann hast du die wenigsten Probleme. Du kannst hier Europäische Union auswählen pauschal oder du sagst, du möchtest hier tatsächlich die einzelnen Länder anklicken. Ich habe jetzt mal die ganzen europäischen Länder angeklickt, bei denen gewisse grenzüberschreitende Verträge gestellt sind, so dass du auch steuerlich keine Probleme hast. Und ja, dann hast du hier noch zusätzlich die Möglichkeit, noch weitere Länder auszusuchen. Würde ich dir aber nicht empfehlen. Auch hier hast du die Möglichkeit, eine weitere Versandart anzubieten. Muss aber nicht sein. Eine reicht in der Regel. Und hier würden dann die Kunden 12,90 Euro Versandkosten bezahlen. Und natürlich aus den jeweiligen Ländern, die du angeklickt hast, können die Kunden auch bestellen. So, wir haben hier die Möglichkeit, noch eine Tabelle zu erstellen. Ja, zum Beispiel Staffelpreise. Gegebenenfalls ab einer gewissen Summe irgendeine Versandart anzubieten, weil gegebenenfalls auch mehr versichert werden muss. Oder natürlich auch aufgrund des Gewichtes kann auch sein, dass du hier deine Versandkosten sich unterscheiden würden. Da kannst du eine Kostentabelle erstellen. Dazu habe ich bereits ein Video gemacht. Kannst du dir auch gerne unten in der Videobeschreibung anschauen. So, und Versandkostentabelle für Internationale. Genauso kannst du hier das Ganze auch erstellen. Und dann speicherst du das Ganze ab und dann hast du die Rahmenbedingungen für den Versand festgelegt. Wie du siehst hier, Paketversand. So, und wenn du jetzt einen Artikel bei eBay online stellen möchtest, hast du direkt die Möglichkeit, diese Rahmenbedingungen auszuwählen. Und hast dann dementsprechend die Versandkosten, die der Kunde hier tragen muss, sowohl international als auch national, werden diese Versandkosten dem Kunden angezeigt. So, das sind diese Einstellungen, die du treffen solltest. Ich gucke mal jetzt, ob wir noch weitere Einstellungen treffen sollten, was das Ganze angeht. Und zwar ist es auch bei eBay wichtig, dass du die Umsatzsteueridentifikationsnummer angibst. Die ist auch relevant. Das war auch so eine Regel- und gesetzesbasierende Änderung bei eBay. Okay, sobald du auf dem Marktplatz eBay verkaufen möchtest, und gewerblich verkaufen möchtest, musst du eine Umsatzsteueridentifikationsnummer haben. Dazu habe ich bereits ein Video gemacht. Genauso wie du auch diese beantragen kannst, schau dir auch gerne hier unten in der Infobox das Ganze an. Hier habe ich schon mal gezeigt, wo man diese einstellt. Du klickst einfach auf Umsatzsteueridentifikationsnummer hinzufügen und kannst hier dein Land auswählen. Du kannst auch in mehreren Ländern eine Umsatzsteueridentifikationsnummer haben. Wenn du jetzt dich entschließt, Grenzen überschreitend zu verkaufen, das bedeutet international, auch europaweit, dann solltest du auch hier die Regel festlegen. Und zwar haben wir hier ganz unten Bestätigung über ihre grenzüberschreitenden Umsätze innerhalb der EU. Da ist seit letztem oder vorletzten Jahr auch ein Gesetz, ja hier 2021 Juli, ist auch ein neues Gesetz rausgekommen, so dass du hier, sobald du einen Wellenwert von über 10.000 Euro überschreitest, innerhalb der EU musst du hier die One-Stop-Shop-Regel befolgen oder du musst dich in dem jeweiligen Land als Unternehmen registrieren und eine eigene Umsatzsteueridentifikationsnummer in dem jeweiligen Land beantragen. Ich empfehle dir natürlich One-Stop-Shop-Regel, was ich auch selber nutze und dann musst du hier das Ganze bestätigen, dass du an diesem Verfahren daran teilnimmst. Weitere Informationen dazu entnimmst du bitte bei deinem Steuerberater. Der kann dich genau beraten, was das Ganze angeht. Denn das ist natürlich alles hier unverbindlich. So, und sonst natürlich Kleinigkeiten, die ich in einem separaten Video dir zeigen werde, wo du dann siehst, welche Kleinigkeiten wie automatische Bewertung, wie schon gesagt, oder irgendwas hier wie zum Beispiel Gutschriften verrechnen. Was haben wir hier noch? Zum Beispiel Angebote bleiben aktiv, wenn sie auf Null gesetzt sind. Das kannst du natürlich auch anklicken. Solche Kleinigkeiten, das schauen wir uns wie gesagt im weiteren Video an. Dann, falls dir dieses Video hilfreich war, gib dem Video gerne jetzt schon mal einen Daumen hoch. Und falls du mehr Videos davon sehen möchtest, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung hast du die ganze Playlist dazu, die Schritt-für-Schritt-Anleitung für Ebay, aber auch Amazon. Und sonst, falls du alle weiteren Videos nicht verpassen möchtest und mehr Wertes hier an die Hand bekommst, dann abonniere gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche dir viel Erfolg beim Kaufen und Verkaufen und freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist.